So, ich hab 16 Cobblestone. Ich glaube, das dürfte eigentlich für die größere Cobblestone-Maschine reichen. Ich mach die mal hier. 1, 2, 3... Ich mach mal 4 hoch. Ich weiß nicht, wie... inwiefern ich das machen muss. Ups. Shit. So. Ich glaub nämlich, das war irgendwie so. Mh. Mal bitte hoch hier. So. Das muss, glaub ich, nach da. Jetzt verteilt sich das natürlich... Ne, gar nicht. Okay. Ich brauch mehr Cobblestone. Shit. Okay. Ach ja, Cobblestone-Farm. Es ist so schön. Ja. Es macht so viel Spaß. So viel Spaß beim Cobblestone-Farm. Maxi, weißt du, was mir besonders mal gestern aufgefallen ist? Hm? Ähm... Ich hab mal so ein Vlog von einem YouTuber gesehen. Poffrot. Ich hab gestern so ein Vlog hochgeladen. Mir ist es aufgefallen, man könnte herausfinden, wo er wohnt. Ja, warum? Ähm... Ich weiß schon mal, dass er in Hannover wohnt. Okay. Und dann könnte man einfach mit Google Maps... Ich weiß, an welcher Station er mit der Tram ausgestiegen ist. Und dann mit Google Street View sieht man am Anfang ein benachbartes Haus von ihm, wie es aussieht. Dann könnte man einfach gleich durchgehen und dann gucken. Dann wüsste man ungefähr, ähm, wo er wohnt. Ungefähr. Ja. Weil welche... Weil diese Idee hab ich von Commander Krieger, weil da hat ein Zuschauer von ihm, ähm, seine Fahrtruppe, die man meistens macht, wenn er mit dem Auto fährt, gemacht. Ja. Und hat dann so Punktmacken gemacht, wo er ungefähr lang gefahren ist. Und so hat er dann letztendlich so rausgefunden, wie er, äh, wo er wohnt, oder wie? Nee, wo, ähm, wie er lang gefahren ist. Einfach so als, ähm, Spaß sozusagen, wo er lang gefahren ist. So, ja, geil. Ja, und dann sind wir auf die Idee gekommen, man könnte daran eigentlich erkennen und herausfinden, wo jeweils diese Person wohnt. An sich schon, ja, klar. Aber... Genau nicht, aber... Ja, doch... Naja, kommt drauf an. Aber an sich hast du recht, ja. An sich hast du recht. Auf jeden Fall, irgendwie, irgendwie hat's ein bisschen Style. Aber... Ja, gut. So, jetzt hab ich erstmal... Das Wasser. Damit das Wasser hier nicht mehr die ganze Zeit rausläuft. So, dann hätte ich das nämlich. Dann würde das hier runterfließen. Hier. Dann könnte ich... Mh... Dafür nehme ich mal richtigen Cobblestone. Oh, shit! Äh... Okay, es fließt da runter. Okay, nice. So. So. Dann nehme ich mal das hier. So, wenn das dann hier runterfließen würde. Ich weiß nicht. Wenn ich das so mache... Fließt es da noch weiter? Ich weiß gar nicht. Ja, es fließt da noch weiter. Hm. Hm. Ich werde abgetrieben. Shit. Nein! Okay. Okay. Gut. Hätten wir das. Ja. So. So, warte. Wie hab ich das denn jetzt gemacht? Äh... Hier hab ich... Okay, Moment. Zack. Zack. Äh... Das will ich bitte haben. Genauso wie das. So. Wenn ich dann nämlich... Moment. Ich brauch mal... Was mach ich hier denn, ey? Was mach ich hier denn? Ich mach das erst mal so. Zack. 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 Wenn ich da dann die Lava reinpacken würde... Dann dürfte ich doch eigentlich... Mein Baum ist gewachsen. Nice. Da einen Cobblestone-Generator haben. Ja, hab ich. Nice. Flo, hab noch einen Cobblestone-Generator. Nice. Das Ding ist nämlich... Moment. Ich kann erst mal... Das hier abbauen. Das ist... Don't... Ja, nicht da hinten. Das ist... Da hin machen. Genau. Dann hätte ich nämlich... Hm... Ich brauch mehr Stone-Slaps. Zack. So. Hier. Hätte ich den. Genau. Kann ich den weg machen. Dann würde sich hier... auch noch Cobblestone bilden. Nice. Also Flo, so langsam... Ich glaube, ich hab ne gute Farben rausgefunden. Wie du siehst. Ja. Wir müssen das da unten auf jeden Fall bald mal abreißen irgendwann. Weil dann lassen wir hier so die Plattform... Aua. Ich hab vorgegen mein Mikrofon grauen. Ähm. Ich würde sagen, wir machen unsere Insel... Ja. Ja. Ja, ja. Kann man sich nämlich hier... Guck mal, Flo. Ich baue gerade hier... Die Sachen ab. Achso. Kann man das hier nämlich eigentlich noch cooler bauen? So den Weg nach oben immer. Kann man sich hier reinstellen? Und... Zack. 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 Nice. Ist ganz geil auf jeden Fall. Und ich glaube, es geht ja so... Ich hab... Also... Ich hab die Idee hier ein bisschen aus Minecraft Aura. Ich wusste nur nicht genau, wie das gebaut wurde. Ich hab halt nur... Aus der Aura PvP Map... Ähm... So den Cobblestone-Generator gesehen. Die haben da unter ja noch Trichter stehen. Das könnte man auch machen dann. Ja, die Trichter müssen wir mal... Dann lassen wir irgendwie her. Ja, wenn wir uns ne Mob-Falle bauen, dann geht das eigentlich, oder nicht? Ja, dann müssen wir sie zum... Am Eisen bekommen. Genau. So, ich erweitere hier schon mal die Insel. Ich würde sagen, wir machen das bis hier. Das dürfte reichen. Solange du mich eigentlich aussperrst. Ne, ne. Ich wollte hier... Warte, hier so. Den Fleck kannst du ja behalten. Kannst du da unter noch lang gehen? Ne, ne? Oh. Hier. Hast du den Weg nach oben? Ja, versuch das gleich erstmal abzubauen. So, dann hätten wir das... Okay. Kann ich dich hier nämlich noch ein bisschen erweitern gleich. Zack. Hätten wir hier nämlich dann unsere Schutzplattform, sag ich mal. Falls wir da unter Gras abbauen wollen. Ähm. Ich hau auch mal hier das Holz kurz weg, ne? Jo. Und dann die Kisten und so. Das Gras erweitert sich nicht mehr, Mann. Was ist das da? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ja. Ja, Alter. Ich bin gestorben. Beim Elfmeterschießen. Du, du. Ich hab, ähm... Welche, mit denen ich bei... In Hannover war bei der... Bei Karrierezentral der Bundeswehr. Ja. Ähm. Und die haben dann auch ganz... Am Schreiben haben auch immer gesagt geschrieben, wenn Deutschland gespielt hat, ob Tor war oder nicht, bla bla bla. Ja. Und dann konnten die nicht hingucken beim Spiel. Wegen Elfmeterschießen. Und ich dann so... Eins, eins, zwei, zwei, drei, drei, vier, 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 fünf, fünf. Auch nicht schlecht. Oh Gott. Da ist der. So, dann erst mal meinen Baum abbauen. Habe ich eigentlich einen Ebenseppling bekommen? Ich hab keine Ahnung. Ich hoffe, hier spawnt gleich einer. Wäre auf jeden Fall ziemlich gut. Dann würde ich sagen... Ähm... Das da oben gefällt mir noch nicht so ganz. Ich brauch mal kurz ein bisschen... Ups. Nein. Oh! Ich bin es nicht gewohnt, dass man Shift... Wenn man Shift drückt, dass man dann gegen... Dings bauen kann. Gegen Kisten und alles. Ich baue das hier oben mal noch ein bisschen cooler, sag ich mal. Achso, nicht unbedingt cool, aber... Maxi? Ja? Ein Tipp. Gehe ich niemals Shift über eine... Ja, ja, das kenne ich auch. Das weiß ich. Zack. Zack. Wow, ich weiß, ich kann jetzt nicht mal auf die Kisten hier zugreifen. Warum nicht? Keine Ahnung, ich werde die nicht öffnen. Und ich kann ja auch hier nichts mehr platzieren. Hä, warte mal. Hier ist der Spawn ja eigentlich. Eigentlich dürftest du es mit OP... Ja. Hä, warum hattest du keine OP-Rechte? Ich hatte dir doch OP-Rechte gegeben vorhin schon. Ja. Hä? Der Spiel verarscht uns, Flo. Zack, zack, zack. Nice. Ich brauche hier oben einen, genau. Dann... Zack und... Zack. Den da rauf. Warte mal, das geht nicht, oder? Ist der weg, oder nicht? Ja, shit. Nein. Äh, wie mache ich das? Aber was ich jetzt an lustig fand. In Teilen makes extra einen neuen Außenstürmer ein. Da, da. Er ist als zweites dran. Und verhaut den Ball. Ja, kann sein. Wie gesagt, ich habe nur das Elfmeterschießen gesch... Das war ja beim Elfmeterschießen. Ja, ähm... Aber auch erst... Was habe ich denn gesehen? Erst... Den dritten Schuss von Deutschland, glaube ich, auch. Ja, das war der zweite von Italien. Das... Das habe ich nicht gesehen. Ey, der verhaut erst mal den Ball, ey. Das war so lustig. Ja, das glaube ich dir. Okay, nice. Er sieht langsam schon hier oben ziemlich gut aus. Ich mache das mal so. Zack. Zack. Ich den haben... Ich bin so fett, ich habe eine eigene Anziehungskraft, Alter. Die Steine kommen nur so zu mir geflogen. Das ist ja unglaublich. Zack. Das war doof. Das war auch doof. Nein, shit. Nein! Ich hoffe, ich habe da unten jetzt nichts kaputt gemacht. Ähm... Zack. Nein! Oh! Den noch da. Den weg. Okay, der hätte da sein sollen. Als ob es jetzt... Oh, verdammt, Flo. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das... Wir müssten das Wetter, glaube ich, irgendwie noch ändern. Weil... Also das Biom hier ändern. Ich weiß nicht, ob ich... Ich muss die Datei irgendwie ins Server ziehen. Weil... Wir hier eigentlich Schnee haben sollten. So, ich finde, das sieht ganz schick aus. Ne, da fehlt noch was. Der muss noch... Also im Extreme Milch hier. Boah, Mann, wir haben ja echt Extreme. Ja, ja, haben wir. Ja, wie gesagt... Ähm... Aber das Wetter-Bio müssen wir noch irgendwie ändern. Gut. Zack. Zack. Ja, zack. Danke. Wir müssen die Insel hier auf jeden Fall noch kurz ein bisschen erweitern. Ich brauche das... Ich brauche hier noch ein bisschen mehr Platz. Irgendwie zwei oder drei nach hier. Ach, Maxi, ich habe hier mal so ein kleines, anprovisorisches Spelch mal angebaut. Aber wir haben nur erst zwei. Erst ein Pumpkin-Seed und ein Melon-Seed. Die stehen was gegenüber. Ja, was ist das mit Weizen? Haben wir Weizen nicht gefunden? Nein, Weizen haben wir noch nicht. Dafür brauchen wir erstmal eine Grasfläche und dann Baummehl. Ach ja. Ja, gut, klar. Oh, Siblings. Gut, dann will ich den Baum bitte einmal irgendwie weiter hier in die Mitte pflanzen. Zack. Zack. Ähm. Toll, wo pflanze ich den Baum denn hin? Hier. Nice, Flo. Ähm. Reicht mir gleich mal ein paar Kobbis, sonst rüber hast du in die Kiste... Ne, hast du nicht. Denn ich brauche gleich noch ein paar. Hier ist... Ah, da lagen noch welche. Ähm. Hier muss noch einer hin, da muss noch einer hin. Sind immer eins, zwei, drei, vier, fünf in eine Richtung. Okay. Zack. Eins, zwei, drei. Vier, fünf in eine Richtung. Genau. Eins, zwei, drei, vier. Okay. Fünf. Bisschen sicherer bauen hier. Hast du ein paar, glaube ich, sonst für mich? Wie viele brauchst du denn? Ja, so ein paar, damit ich halt ein paar Slaps machen kann. Weiß nicht. Ich weiß nicht, wie viele du hast. Ah! Ja, ich habe jetzt 60 Slaps, das wird reichen. Hm. Wie habe ich denn das gemacht? Das Wasser fließt... Okay, Moment, ich brauche hier ein Slap. Shit, Moment. Ich brauche hier oben einen Slap, genau. Und dann brauche ich... Uh, ha, ha, ha. Ich habe Angst, hier runterzufallen, ey. Ich habe Angst, hier runterzufallen. Ich brauche hier oben einen Slap, glaube ich. Zum Glück spielen wir nicht auf Hardcore. Ja. Ich brauche dringend Essen, fällt mir gerade so auf. Äh, ich glaube, ich steppe gleich mal. Ich stehe jetzt mal eine Wand gebaut hier hinten, Maxi. Ja, ist eine... Ja, ist eine gute Idee gewesen. Weißt du, was da gerade ankam? Creeper? Ja. Oh, ich sehe ihn da hinten, ja. Da stehen zwei. Da stehen direkt hinter der Wand. Oh Gott. Nicht deine Ernte. Oh. Ich brauche hier einen. Ich muss mir gleich eine neue Spitzhöcke machen. Meine ist weg, kaputt. Da. Ach nee. Moment, hier drin muss man ja... Nee, hier muss man stehen, genau. Da drin steht man. Brauche ich da noch einen Slap und dann brauche ich da noch einen Slap. Hä? Das hat mich gerade angegriffen. Oh nein, scheiße. Ich habe Hunger. Flo, ich habe Hunger. Haben wir nicht irgendwie was zu essen? Scheiße. Nö, haben wir nicht. Gut, dann packe ich mal eben meine Sachen in die Truhe. Flo. Es war eine schöne Zeit mit dir zu dienen, Flo. Hau rein. Erfiss dich. Fick dich. Ey, da waren Wassertropfen. Also in Wasser. Klicks. Whatever. Äh, nein, das brauche ich nicht. Ich brauche das. Ich brauche das. Ich brauche, äh... Das ist eine Steinhacke. Genau, ich brauche meine Schaufel. Meine Axt. Das. Und das war's. Jut. Ähm. Hier drin steht man. Ich bin durch den Bug, bin ich gerade auch runtergefallen. Wie? Ich platziere. Ich gehe jetzt mal ganz vorsichtig nach hinten. Platziere und slapen unter mir. Auf einmal die Slap ist da. Ich gehe weiter. Auf einmal ist die weg und ich falle runter. Oh, das ist behindert. Wie viel? Was hattest du alles so? Nur eine Steinhacke und, ähm... Okay, gut. Ja, okay. Stein. Das ist gut. Das ist gut. Warte, jetzt... So, Moment. Ich kann das abbauen. Hast du noch Stein oder... Also, Cobblestone? Oder noch Slaps? Hm? Hast du noch normale Steine oder hast du auch nur noch Slaps? Ich hab nur Slaps. Okay, vielleicht noch alles. Bzwack, komm. Zack. Ach, da hab ich auch noch einen platziert. Ah, okay. Zack. Zack. Da ist auch schon einer. Okay. Ich hab drei... Drei normale Stones hab ich. Also, drei normale Cobbles. Wem? Ja, okay. Acht. Warte, das hier ist nicht cool. So. Ich brauch eine neue Spitzhacke. Aber wir kommen ganz gut voran. Das ist ziemlich gut. Ja. Ich mach mal gleich zwei Spitzhacke. Ah, wow. Flo, kannst du mir schnell einen Stein zu werfen? Genau auf meinen Fleck, wo ich stehe? Nice, danke. So. Ähm.